Was? Diese Woche? Wow. Hast du den Shitstorm mitgekriegt, Dangerous? Was für ein Shitstorm? Ja man, was für ein Shitstorm. Nein, die Sache ist, man muss auch sagen, Kritik ist, finde ich, auch berechtigt. Also es war natürlich auch Kritik dabei und wir hier bei Studio Armani, wir nehmen die Kritik sehr ernst. Ich persönlich nehme die sehr, sehr ernst. Und ich finde auch bei Kritik ist es so, man muss sich immer selbst an die eigene Nase fassen. Jetzt ist es aber so, meine Nase ist operiert und ich fasse die nicht so gern an, weil die geht dann kaputt. Und deswegen habe ich die Schuld natürlich meinem Team in die Schuhe geschoben und mich auf den Weg gemacht, ein neues Team zu finden. Bitteschön. Was gerade passiert, ist so dramatisch. Es erinnert mich an ganz schreckliche Zeiten, an Chaos, an Verzweiflung, an Flucht. Es fühlt sich an wie der Sommerschlussverkauf letztes Jahr bei H&M. Ich habe sogar eine echten Körperverletzung kassiert und Hausverbot bekommen. Aber gerade ist echt auch scheiße. Tausende Zuschauer haben geschrieben, TV Total war viel, viel besser. Alle wollen Stefan Raab zurück. Sogar die Stimme von TV Total soll viel fiepsiger gewesen sein als meine. Elton's Möpse waren sogar größer als meine. Es gibt mir echt zu denken, auch mein ganzes Team soll Schrott gewesen sein. Dann hast du wenigstens das scheiß Bild scharf. Weißt du, vielleicht kann man wenigstens an dem Punkt Mitarbeiter was ändern. Vielleicht finde ich ja da ein paar Gute, dann klappt das vielleicht wenigstens. Hier müsste es doch ein paar geben. Die Stimme von TV Total Die Stimme von TV Total, der Redakteur. Wie heißt, was machst du denn hier? Ach, die hängen ja alle so rum. Äh, äh, Matze? Ja. Auch TV Total, Redakteur, richtig? Ja. Was meint ihr denn beim Arbeitsamt, Jungs? Ingrid und Klaus, sie sind auch hier. Die Stimmung ist bei uns auf dem Tiefburgs. Das hat man TV Total genommen. Jetzt sitzen wir im Arbeitsamt und wollen Arbeit haben. Ja. Das gibt es ja überhaupt nicht. Du bist auch von TV Total? Ich glaube nicht, dass ich da was angeschätzt bin. Aber herzlich willkommen zur besten Fernsehshow der Welt. Sechs Stunden Spaß in HD mit den besten Comedien des Landes. Außerdem die Hammer-Ausschnitte des Jahres. Und natürlich jede Menge Spaß. Und hier ist ihr Gastgeber. Hab ich vergessen. Du bist die Stimme, Mann. Ja. Was schreibst du da? Studio Armani ist totaler Scheiß. TV Total war doch viel besser. Die kann ja nur tippen. Wollt ihr nicht für mich arbeiten? Hättet ihr ein bisschen Bock auf Studio Armani? Ja. Warum nicht? Ein bisschen Spaßi-Spaßi machen. Ja, dann können wir mit Spaßi-Spaßi haben. Ich nehm euch mit. Let's fetz. Let's fetz. Und wir haben da Nicole, Tobi, Matze, Ingrid und Klaus. Danke fürs Kommen. Vielen Dank. Mua. Ja. Wir haben sie alle da. Danke, dass sie uns beehrt haben. Jetzt werden natürlich viele sagen. Jetzt hat sie die Leute von TV Total. Und Studio Armani bleibt trotzdem scheiße. Frei nach dem Motto, wenn Mercedes-Benz-Ingenieure an dem Travi schrauben, bleibt's trotzdem ne Schrottkarre. Ach ja.